Die Einstellungsvoraussetzung jedes Funk-Mariechens ist doch, dass es Spagat kann, oder? Kann ich. Also, wir geben uns Kampus, wenn das erste Mariechen einen Spagat hier hinlegt. Wir haben nur einen Mariechen. Also, dann wissen wir auch, wer gemeint ist. Wir haben tatsächlich Teil dieser Kampagne in Tantra, Mariechen. Das ist dabei, das kann das. Ja. Wir nehmen das, das da vorne da steht. Und mit dem Mikrofon in der Hand. Sie gucken doch bloß auf mich, weil ich ein bisschen mehr Körperfülle habe. Das ist doch Quatsch. Ich bin ja von Haus aus ein schlanker Typ. Ich lebe das nur nicht aus. Also, ich bin nicht aufgewärmt, Herr Elkemann. Deswegen. Wir haben Zeit. Ja, ja, klar. Also, ich glaube, das wird nichts mit Ihnen heute, wenn Sie das friedlich machen wollen. Gucken Sie doch einmal diese Übermacht. Meine Gatter hier. Was wurde Sie begegehalten, da die paar... Schaut euch die Übermacht des fastnächtlichen Universums an. Er hat so große Prellufe und hat immer noch keinen Durchblick. Aber so...